Hallo und herzlich willkommen zu Manuel am Abend. Ja, nun muss ich sagen, wie ihr gesehen habt, produziere ich da gerade Manuels Adventskalender. Ja, und in Manuel am Abend wollte ich heute einfach nur mal kurz was erzählen. Ich habe was von einem Schiedsrichter gehört, also nicht Schiedsrichter, sondern Linienrichter, der zusammengetreten worden ist und ich wollte nochmal, wie sagt man, mein Beileid aussprechen und vor allen Dingen wollte ich sagen, dass man sowas nicht macht, weil was kann ein Linienrichter dafür, wenn der Schiedsrichter halt so entscheidet. Und der Linienrichter ist ja eigentlich dafür da, um den Schiedsrichtern ein bisschen zu helfen, was er nicht so sehen kann. Und nur weil irgendwelche Spieler, sag ich mal, das nicht so gemocht haben, wie er entschieden hat, ihm da sowas zu machen, zusammen zu prügeln, sowas in Schweinereien, sowas macht man einfach nicht. Naja, aber jetzt muss ich nochmal eins sagen, Malens Adventskalender wird gerade entkonserviert, ja, und sonst geht's im Manuel Abend sehr gut, mir geht's gut und ich hoffe, wir sehen uns morgen wieder zum Manuel Abend, bis dahin und tschüss.